ich habe eine kleine wohnung da muss ich nicht weit laufen dass die zeit lasse zeit wir haben sowieso wenn wir jetzt hier fertig sind dann haben wir nichts mehr zum spielen das ist doof das war damals wo ich ja wo top dieses eine spiel vorgeschlagen hat dieses roblox tycoon roblox resort tycoon haben wir gespielt und das hat auch so viel spaß gemacht war das mit tod oder war das mit fuchs und dann dann war das mittendrin war das einfach fertig und ich war so platt ich hätte es nicht gedacht der hat da mittendrin hat er einfach aufgehört und da war ich ehrlich gesagt ein bisschen schockiert weil ich hätte gedacht man kann ja noch mal 30 stunden spielen und rebirth kann man nicht machen dass man noch mal von vorne anfängt so ladies and gentlemen heute ist sonntag ja ich werde mal wieder disney spielen ich werde mal wieder disney spielen disney baue ich ja momentan viel um mache ich jetzt fange ich jetzt an das valley umzubauen und ja zuschauerzahlen sind halt nicht so gut so das ging aber schnell hier ein bisschen sauber machen ich habe hallo zu dir gesagt ich muss mir wieder bananen kaufen also wenn hier die sonne immer untergeht dann wird es immer als ob jemand einen schalter umlegt warum sagt er denn immer ihr schilder machen ladies and gentlemen jetzt kann der russisch die ich kann es leider lesen dynamika 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 aber was ist nase nase ljenja ich muss unbedingt wieder meine sprachkenntnisse ja ich ja 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 ich müsste meine sprachkenntnisse etwas zu wissen ich komme ja 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 wer ist denn das verschrappen dass mile ok Ich kann es hier nicht sauber machen. Warte mal, ich mach das mal hier so ein bisschen weg. Lalalalalalalalalalalalal. Wer ist denn noch in Urlaub? Ich krieg das hier nicht sauber. Ja, es ist sehr aufwendig diesmal hier. Weil man kann nicht so richtig gucken hier. Ich weiß nicht. Ja. So, wir kommen jetzt hier an Wasser ran. Ich hole Wasser. Ich hole Wasser. Holen. Schreibt man das so mit H? Ja, okay. Die, die, die. Wasser. Wasser Marsch. Ja, gut gemacht. Maximal King, guten Tag. Hast du genug gespielt? Du hast ja heute schon irgendwas gespielt, ne? Dalu Card is live. Montana Black is live. Maximal King is live. Kommt rein und erleben Sie Content. Ja, gut gemacht. Das hast du schön geschrieben. GTA 5 Roleplay. Okay. Roleplay. Wieso kann ich das nicht mehr auffüllen? Nein, das ist nicht. Ah, jetzt. Es hackt heute ein bisschen in Roblox. Ich komm in. Und du? Ich komme aus Deutschland. Bayern. Ich komm aus Bayern. Geht ja auf 5. So, machen wir mal hier weiter. Ah. Du hast, er hat seine Haustiere nicht. Wo sind deine Haustiere? Siehst du, da habe ich heute auch wieder nicht nachgeschaut. Man muss bei den Haustieren, siehst du, sie haben nämlich immer die falschen drin. Jetzt. So ist gut. Bei mir bist du offline. Ich verstehe das auch nicht. Wie kann man das ändern? Das haben schon so viele gesagt. Wie kann man das bitte ändern? Weil ich habe das nicht eingestellt. Das kann ich nicht machen hier, ne? Das geht nicht. Das ist verbuggt. Ja, das geht bei mir nicht. Bei mir bist du offline. Weißt du, wie man das ändern kann? Das hat nämlich schon mal Anna gesagt. Gestern oder vorgestern. Da ist noch Träger. Ladies and gentlemen. Das ist ein Bug von Roblox. Oha. Dann wird es schon irgendwann gefixt werden. Dann wird es irgendwann schon gefixt werden. Was hat es denn für einen Nachteil? Ich komme rein. Ja, aber du musst dich mitspielen, weil wir sind fast fertig. Und wenn wir eher fertig sind, dann haben wir nichts mehr zu tun. Verstehst du? Ich muss ihn dann mal fragen. Er soll mal die zweite Villa freimachen. Wo sind seine Haustiere? Ja, dann hol sie raus. Hol die Haustiere raus. Damit sie Gassi gehen können. Wo ist meine Mama? Oh Gott. Meine Mama, ja. Meine Mama. Das war eine gute. Was ist Gassi gehen? Mit den Hunden rausgehen. Das nennt man Gassi gehen. Ich weiß gar nicht. Gassi gehen. Ich weiß gar nicht. Gassi gehen. Gassi gehen. Komm, was bedeutet denn eigentlich Gassi? Da muss ich mal gucken, woher das kommt. Ach so, haben wir das jetzt? Ja, mach das zuletzt. Mach das zuletzt. Hier kann man es halt teilweise schlecht sehen. Ja, 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 ja. Hab jetzt Pads. Oha, ihr habt alle schon die Pads. Ja, die sind ehrlich gesagt sehr zu empfehlen. Ich empfehle euch die Pads. Ihr müsst nicht die teuersten kaufen. Das bringt es gar nicht für 20 Millionen. Aber im Spiel sind die Pads extrem gut, weil sie halt viel Geld geben. Ich weiß noch nicht, ob man das Geld wirklich braucht. Ich hab jetzt 90 Millionen und die Frage ist, ob man das überhaupt alles wirklich braucht. Sollen wir Discord? Ja, ruf halt an. Was schreibt ihr denn? Gassi. Gassi gehen heißt mit den Runden rausgehen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.